Oh, scheiße, man. Wow, wow. Oh, dicker Schien. Zack. Bam. Hier lag doch noch eine. Ich will die Sachen noch einsammeln. Fuck, egal. Shit, ey. Mist. Och, man, Leute. Reicht doch jetzt. Oh, kommt direkt der nächste. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Schwester. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Diesmal nehme ich mir ein bisschen was mit hier. Ja, munizionale. Ja, munizionale. Ah, man. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Beeil dich doch endlich. Äh, das war ein komischer Cut jetzt. Das war ein komischer Schnitt jetzt. Aber egal, wie sind sie los? Das ist die Hauptsache. Und ich sag mal so, also... Wäre vielleicht cooler gewesen, hättest du mir die Axt gegeben, während... Oh! Nice! Scharfschützengewehr. Dieses seltsame aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Und warum sieht es jetzt seltsam aus? Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Das ist echt komisch, irgendwie. Bitte, bitte! Yes! Komm, 5000 mindestens. Yes! Sehr schön. Bam! So, was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das ist die Frage jetzt, Leute. Das ist die Frage. Waffen. Vielleicht muss man sowas alles aufleveln? Vielleicht muss man sowas alles aufleveln? Nehmen wir mal sowas, dass wir ihn mitnehmen können. Ich bin ja auch gespannt auf Sniper jetzt. Wenn der jetzt... Was ist denn los hier? Normalerweise bin ich ja der weltbeste Sniper-Schütze. Ähm, äh... Vorsichtig. Das könnte voll mit Ihnen sein. Äh, 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 was ist das denn wieder für ein Fehler gewesen jetzt? Ja, gute Nacht. Dankeschön auch dafür. Vorsichtig. Es könnte voll mit Ihnen sein. Äh, wie? Juckt der nicht. Hat der nicht gejuckt? Hm. Okay, erstens verstehe ich nicht, warum ist mein, äh, Bolzenschuss gerade durch den durchgegangen? Und zweitens? Hallo? Und zweitens, warum... ...lösen die nicht die Fallen aus? Oh fuck, ich bin gleich tot. Joseph, wo bist du denn, du Pfeife, du? Wo gammelt der rum? Gammelt Joseph den rum? Was machen wir jetzt? Komisch. Das ergibt auch nicht viel Sinn, oder? Das ergibt, mit dieser Bombe ergibt es auch nicht sehr viel Sinn. Oh, 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 oh. Joseph! Das ist mein Ende, ey. Achso, ich hab den Controller schon weggelegt. Er fragt auch noch, bist du okay? Okay, helf mir doch mal, du Pissnase. Sonst hast du mir doch immer so krass geholfen. Was ist denn los mit dir? Alter, will der Typ mich verarschen eigentlich? Du sollst dir platt machen. Oh Gott. Bist du okay? Nein, bin ich nicht. Kannst du mich auch heilen, so wie ich dich heilen kann? Nee, oder? Boah, ist das am Schwanken hier? Boah, ist das am Schwanken hier? Steht der Pisser nochmal auf? Nee. Alter, wie die Frames in der Geller gehen. Habt ihr das jetzt gesehen? Also, die Aufnahme läuft stabil. Die Aufnahme an sich läuft stabil. Aber, Alter, ist das Spiel jetzt übel in die Knie gegangen. Was haben die denn da programmiert, stellenweise? Das sieht ja nicht mal krass aus, das Spiel. Komisch, komisch, komisch. Wir hätten da schon wieder was auf mich geworfen. Also, Joseph ist auf jeden Fall schon wieder ein geiler Hecht. Und ich muss jetzt schon mal sagen, das Kapitel ist schon wieder... Ja, das Kapitel ist schon wieder überhaupt nicht pralle. Gerade dieser Abschnitt hier ist ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Einmal näher. Perfekt. Perfekt. Wolle ich mir nochmal kurz die Spritze rein. Geh in Deckung, sie schießen von oben. Fuck. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Okay, wie mach ich das? Na, Joseph, machst du auch was? Oder soll ich das tun? Ich hör doch noch irgendwie in meiner Nähe, der da unten. Ich hör doch noch irgendwie in meiner Nähe, der da unten. Was? Fuck ihn ab. Komm. So. Aha, aha. Okay, Joseph. Komm mit, Joseph. Komm mit. Es ist natürlich scheiße, dass sie sich nur blicken lassen, wenn du in der Nähe bist. Oh, Glück gehabt. Was ist hier drinnen? Eine Bombe, oder? Auch nicht. Komm, zeig dich. Ich laufe doch nach vorne. Ach, Leute, ey. Ohne Witz, der Abschnitt ist so eine Grütze. Es ist so eine Grütze. Dieses komplette Level bisher. Ganz ehrlich. Das ist... Na, endlich. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Geiler Kampf. Geiler Kampf, wenn ich gar keine Munition habe. Alter, das ist... Alter, ist das Kapitel für Arsch. Ach, du Scheiße, ist das schlecht.